genau die Aure Waffen Laser 2 auch 2 das weiß ich nicht was das hier sein soll im Laser ok so soll es eigentlich gehen anwenden so ich behalte den und dann schau mal das nächste Hallo Willkommen zum MechWarrior 5 Willkommen zum MechWarrior 5 Schön dass du da bist ich weiß dass meine Kamera sehr weit weg ist dann kann man am besten da hin ne ja da sind die Ziele ne so fast sie nicht fliegen kann ne 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 Also wenn 75 Tonnen vor dem Reichters dann wieder laufen und 48 ist echt. Das sind die Tausend für alle Formenstar. Also rechts zieht man den Oberkörper, links zieht man um den Körper. Also kann nach links schießen, ja rechts schießen und nach geradeaus geht zum Beispiel auch. Ist ja schneller als hier. Oh, kann sein. Kann man nicht schneller laufen. Ja? Kontakt, enemy in sight. What? Enemy eliminated. TARGET DOWN! TARGET DOWN! TARGET DOWN! Mein Kiehl! System offline! System offline! Oh Mann, der Obermortel ist so viel Energie! Scheiße! System offline! 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 Schrapp dein Target auf die Liste! Wir müssen hinten rum, wie die anderen sind. Ah, links, links, da. Hallo, willkommen! Schön, dass ihr da seid. Schön, erlichen. Auf Wiedersehen. Das ist schon der Kloa, von Kabel. Aber das ist auch unser Schnellerslichter-Trofe. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 All target buildings have been destroyed, Commander. Good job. Getting you an evac now. Head to the white location. Enemy battle mech on the move. Another sword. Auge an die Idee nicht. Auge an die Schmuck, um ihn zu holen. Ein guter Beobachtung, Kommander. Jetzt beginne die Recoe. Oh, wasser denn? Das war ein bisschen. Na dachos ist hab ich sie. Na dachos ist hab ich sie. Ja, na dachos. Ich hab 16 Abschüsse und der hat nur 5 Abschüsse. Der hat mehr Luftabschüsse. Äh, keine. Und noch 6 Abschüsse, hab ich auch schon mal gemacht. H2 auch mehr. Der hat mich. Hi! Ich hab mich gemacht, der andere hat keinen mich gemacht. Ah! Kann man irgendwie neue Dinger kaufen oder sowas hier? Mal gucken. Ich hab mal ein paar Punkte gemacht jetzt, ne? Ich guck nur mal was aus Neugierde. Guck mal wo ich auch ein bisschen super Gewicht holen kann. So schwer Gewicht und nicht so. Ich kann noch Kampagnen starten, damit ich noch Kampagnen reingucken kann. Aber ich wollte eben mal gucken, was für Mech gibt's Mech. Guck mal wie. Guck mal wie ich es gibt. Die sind auch nicht schlecht, weil Grüne, ja. Mal schauen, ja. Mal schauen, ja? So, ich guck mal eben kurz. Äh, Zerstörung, Verteidigung, Hörfall, Kriegsgebiet. Guck mal, ob das war, ne? Ja. Ländlich. Uh, boah. Das ist ja alles hart, ne? Also, ja, ich stelle mal. Hauptsteiner. Hauptsteiner, Feind, Hauptsteiner. In jedem Fall. Ja, ja, um den Blick. Oh, Löchen. Ähm, ja. Äh, da, 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 Gletscher. Ja, kann man mal machen, muss man auch. Hochzeitkommanderer. Da, da sind schon schlecht, Alter. Wahrscheinlich hat es schon gehabt. Alter. Ich muss gucken, ob ich einmal weiß, ob ich was kaufen kann. Ich hab immer 1000. wenn ich es in der jahre wo wir streng sind das ist nicht beschränkungen 40 ich habe 100 richtig aus stand waffenbearbeitung ich hab doch punkte oder wo ich ja geld stehend mittlere torso linker torso rechter torso rechter arm löser flammenwerfer flammenwerfer ist schön Panzerung ja ja welchen er kiel die er . . . . . . . Ja. 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 Ich glaube, es gibt einen guten Tag. Ich glaube, es gibt einen guten Tag. Das war's für heute. 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 Okay. Alles entfernt. Das war's für heute. 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 They are converging on your position. Brace for hostile contact. Contact, enemy in sight. Enemy forces continuing to converge on your location. Safe from sea, Commander. We can see them on the map. We're turning off the map and see them in sight. Thank you. It's running out of time. Oh, it's running out of time. Ah, let's go to the top of the map. Yes, it's running out of time. I'm going to blow you into the top of the map. Target down. Tangos appear to be bringing in additional reinforcements. Brace yourselves. My kill. Not the one. 1, 2, 3. Gets some weer. I don't need to get away. Sie sind in der Nähe des Stadten. Sie sind in der Nähe des Stadten. Sie sind in der Nähe des Stadten. Die Wacken ist übernommen. Musik Ich bin schneller als ich, da kann ich nix machen, da kommt mir alles Feuer weg. Oh, ich so ein bisschen schön. Da kann ich nix machen, die sind so schnell. Wenn ich jetzt so schnell bin ich immer lang nicht da, die ist ja schon zwei Mal da. Das ist hart. In Erinnerung. Und so stärker als die anderen. Das sind all die Kills, die wir brauchen, Commander. Bleib so lange, wie du möchtest. Der Pickup ist auf dem Extraction-Site, wenn du bereit bist. Ich glaube, ich habe schon schwer abgeschlossen, dass er war der andere. Die Kills, der Schoen ist in der Lage. Hlack, der Schoen ist in der Lage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh nein, das tut doch egal. Technological advancement. But for the great prize comes a great fall. Beset by greed and mistrust, humanity splintered. The Star League crumpled. Technological advancement slowed. The great houses, each vying for supremacy, turned on one another. Engaging in a series of conflicts known as the Succession Wars. Amidst this chaos, mercenaries became the proxy forces for the Great Houses. Numerous battlefields sprung up across the inner sphere, dominated by hulking war machines known as Battle Max. The year is now 3015, and these steel behemoths have become the tools of the mercenaries' trade. It's a lucrative time, yet one beset with perils of all kinds. Only the most skilled and brave among them will rise to become legend. What's that? What's that?